Musik Eine nie dagewesene Pleitewelle bricht durch Covid-19 bedingt über uns herein und damit ein möglicher Jobverlust. Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen geht schon durch die Medien und ist sicher höher als angegeben. Damit geht eine persönliche Finanzkrise einher, da ein Einkommen wegfällt. Man kann dann seinen Kredit nicht mehr bedienen oder seinen Lebensstandard beibehalten. Die Sozialkassen sind fast leer und darauf kann und sollte man sich nicht verlassen. Es werden viele versuchen Sozialhilfe zu bekommen. Vorab, lass nur auf dem Konto was du brauchst, um es für laufende Kosten zu decken. Sollte eine Währungsumstellung kommen, wirst du nicht mehr an dein Geld herankommen. Wie kommt man jetzt noch zurecht? Nun erst einmal durch Reduktion von Fixkosten und den Verzicht auf Luxus. Wenn man es nicht wirklich braucht, das Kfz abmelden. Da spart man Steuer, Versicherung und Treibstoffkosten. Wenn man nicht pendeln muss, lohnt sich die Anschaffung eines Fahrrads. Wenn man nicht zu Fuß laufen will, eventuell ist ein Fahrradanhänger sinnvoll. Man kann darüber nachdenken, das Kfz zu verkaufen. Vom Erlös könnte man sich mit Vorräten eindecken. Das Rauchen aufhören klingt für viele sehr hart. Aber rechnet euch mal durch, was ihr im Monat für Zigaretten ausgibt. Unnötige Versicherungen rückkaufen, kündigen oder einfach nicht mehr zahlen. Die Anzahl der Handyverträge reduzieren, Kosten für DSL und Kabelfernsehen reduzieren. In einer Krise hat man Besseres zu tun, als sich Seifen, Opern anzuschauen. Strom, Wasser und Heizung sparen, Nebenkosten senken, Geräte ausstecken und nicht im Stempel lassen. Deine Miete solltest du immer zahlen können, um nicht auf der Straße zu landen, außer du willst das. Dazu erstelle ich einen gesonderten Beitrag. Zum anderen durch Einsparungen bei Anschaffungen. Die Preise können und werden in Zukunft explodieren. Schon jetzt sind die Preise für Grundnahrungsmittel gestiegen. Daher ist es wichtig, sich jetzt einen Vorrat anzulegen. Was heute weniger kostet, kann schon bald nicht mehr erschwinglich sein. Zum Thema Vorrat anlegen werde ich in Kürze ein Video einstellen. Wenn man keine Arbeit mehr hat, hat man Zeit zu sammeln. Nahrung aus der Natur war schon in Nachkriegszeiten gefragt. Flaschen, um an das Pfandgeld zu kommen, Brennmaterial und so weiter. Dazu kommt ein eigenes Video. Keine Getränke mehr kaufen. Auf Wasser, aus der Leitung oder Tee umsteigen. Tee kann man auch aus der Natur sammeln. Wenn Wasser nicht mehr aus der Leitung kommt, kann man sich mit einem Filtersystem, wie z.B. einem Katatynfilter, behelfen. Keine großen Neuanschaffungen. Lieber, wenn die Fertigkeiten vorhanden sind, Eigenreparaturen versuchen. Keine Kredite mehr aufnehmen oder auf Kredit einkaufen. Nicht benötigte Sachwerte verkaufen oder tauschen. Spül- oder Waschwasser nicht wegschütten. Damit kann man aus Eimern noch die Toilette bespülen oder es als Brauchwasser oder zum Gießen nutzen. Aushilfsjobs suchen Nicht festgefahren denken, jedes Einkommen sei es noch so gering, hilft euch über die Krise zu kommen. Am besten fangt ihr jetzt schon an und kauft von dem Ersparten etwas, das euch durch die Krise hilft.